Ich bin auch total gerne zur Schule gegangen. Es war Sommer, es war total schön draußen. Wir hatten die Fenster ein bisschen offen. Wir haben Musik gehört, mitgesucht. Mein bester Freund war aber Waldi. Es war ein Labrador. Und es war mein Hund. Es war echt das Letzte, was ich von meinem Vater noch hatte. Mein einziger Freund. Es war echt einfach so ein schöner Tag. Ich war so glücklich, dass wir zusammen was unternehmen. Ich habe mich total gefreut auf mein neues Geschwisterchen. Auf einmal war mein Vater nicht mehr so oft unterwegs. Er war die ganze Zeit zu Hause. Und er hat sich die ganze Zeit nur um Es gekümmert. Und dann hatte ich den geilsten Sommer meines Lebens. Dann ist mein Vater einfach abgehauen. Und ich war einfach nicht gut genug, oder was? Welcher Scheißvater macht das? Und ich war einfach nicht mehr, oder was? Gamesplay.org